Hallo liebe Schweinehalter, Sie wollen die Futterkosten optimieren? Dann sind Sie hier genau richtig. Sie sehen gleich, wie Sie mit wenigen Klicks einfach Ihre Futterstrategie anpassen und die Auswirkungen auf die Futterkosten erkennen. Am Ende des Videos habe ich noch einen Tipp für Sie. Mein Name ist Rainer Möller und ich entwickle Apps, Tools und Videos für unternehmerisch denkende Landwirte. Bei der Entwicklung des neuen Tools Mastschweine erfolgreich füttern, haben mich Thorsten Lange, Johannes Dehmann und Andreas Twiefel unterstützt. Legen wir los. Nach nur zwei Schritten sind wir fertig. Zuerst tragen Sie Einstalldatum, Gewicht, das Zunahmeniveau und die Anzahl der Massplätze ein. Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Fütterungsstrategie anpassen. Füttern Sie ein, zwei, drei oder mehr Phasen. Egal. Tragen Sie die Futternamen, Energiedichte und den Preis ein und korrigieren Sie das Gewicht, ab dem Sie die Futter einsetzen. Auch das Verkaufsgewicht können Sie anpassen. Fertig. Das ist alles. Jetzt erkennen Sie im linken Bereich die Zunahmen und den Futterbedarf je Mastschwein und Tag für die gesamte Mast. Im rechten Bereich sehen Sie das Datum für die jeweilige Futterumstellung und für jedes Mastschwein und insgesamt den Futterbedarf und die Kosten. Zusätzlich sehen Sie die errechneten Werte für die Futterverwertung, die Kosten je Kilogramm Zuwachs und die durchschnittlichen Futterkosten je Dezitonne. Sie wollen die Mastschweine vor dem Verkauf wiegen? Kein Problem. Hier erhalten Sie vorab einen Hinweis für das voraussichtliche Wiegedatum. Die errechneten Werte sind natürlich Theorie und basieren auf Ihren Annahmen und der hinterlegten Futterkurve der DLG. Wir hoffen, dass Sie die Datei bei der Senkung Ihrer Futterkosten unterstützt. Nun ein kleiner Tipp. Wenn Sie sich beeilen, können Sie das Excel-Tool Mastschweine erfolgreich füttern, kostenlos herunterladen. Den Link dazu finden Sie hier oben rechts im Video. Ich habe nur eine Bitte. Wenn Ihnen unser Service gefällt, geben Sie mir doch bitte einen Daumen hoch, damit noch mehr Landwirte davon profitieren. Und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, damit Sie kein Video mehr verpassen. Denn wir machen Videos für erfolgreiche Landwirte. Also, bis dann. Ihr Rainer Möller Ihr Rainer Möller